Meine Stadt geht zugrunde. Monsterbosse haben alles in ihrem eisernen Griff, der nicht gelöst werden kann. Aber sie haben sich getäuscht. So ist es nicht. Killernon? Wollt ihr mich jetzt verarschen? Willst du mich erschießen? Natürlich nicht. Aber sie. Mother Supreme. Fang besser an zu beten. Keine Bewegung! Polizei! All die Gerüchte über uns sind wahr. Wir haben unsere eigene Geheimwaffe erschaffen. Ist der tot? Natürlich ist er es. Officer Dawn meldet sich zum Dienst. Sie haben das Recht zu schweigen. Du hast deinen Polizisten angegriffen. Du widersetzt dich der Festnahme. Wo stehst du das hier? Officer Dawn hier. Ich bin schon auf dem Weg. Rechts reinfahren, Schwanzlutscher! Sieh dich an. Bist du bereit, ein paar Verbrecher-Schädel zu zertrümmern? Wer sollte es sonst tun? Niemand. Na, sieh mal einer an. Irgendwelche Kung-Fu-Fixer. Frisst Blei, ihr verdammten Frühlingsrollen! Wer zuletzt lacht, lacht am besten.